Norddeutscher Rundfunk 2021 Hör zu, Ruffi. Was passiert ist, ist passiert. Wir wollen keinen Krieg mit dir. Krieg schadet dem Geschäft. Dem Geschäft von allen. Richtig. Wir können grad nicht liefern. Aber Neukölln. Die Hasenhalde. Und der Göllitzer Park gehört uns. Das ist ein öffentlicher Park, oder? Für jeden zugänglich. Sagt mir einen Grund, warum wir die Kohle liegen lassen sollen. Nur weil du so'n Haufen Loser und kann Nacken um dich haben. Fick dich! Du scheiß Araber! Die Schnurzen. Zurück. Gigi. Das heißt nicht, dass du der König von Berlin bist? In Berlin... ...redet man jetzt Arabisch. Bleib in deinem Scheiß-Wedding. Mach deine Crystal-Scheiße. Mach deine Nunkengeschäfte. Aber leg dich nicht mit uns an. ... ... ... ... ... ... ... ...